Ja, von 8.500 auf 10.000 DAX-Punkte in nur drei Handelstagen. Die Börse ist keine Einemannstraße, auch wenn Staaten und Notenbanken alles getan haben, um die Corona-Krise einzudämmen. Euphorie ist nun mal kein guter Handelspartner, Viola, oder? Ja, und die Euphorie im Moment ist immer noch die Frage, auf was die basiert. Denn tatsächlich haben wir eine sehr volatile Woche gesehen. Der Wochenstart, da hat es der DAX schon mal kurz versucht, war dann aber gescheitert. Aber am Dienstag haben wir dann einen unglaublichen Sprung gesehen, an einem Handelstag, ein Plus von 11 Prozent im DAX. Das erlebt man auch nicht so alle Tage. Das war der Dienstag. Am Mittwoch ist der DAX dann tatsächlich auch über die 10.000-Punkte-Marke gesprungen, konnte also erst mal an seinen guten Lauf des Vortages anknüpfen. Allerdings hat das Ganze nicht so lange gehalten. Immerhin, wir sind am Mittwoch trotzdem im Plus aus dem Handel. Und du hast ja schon gesagt, was dahinter steckt. Also, jetzt haben sie quasi alle geliefert. Die Notenbanken haben geliefert. Die FED ist ja relativ schnell schon vorgeprescht mit ihrem Hilfspaket. Von politischer Seite hatte man sich viel gewünscht. Da war in dieser Woche dann auch von den G7-Staaten zu hören, okay, wir arbeiten jetzt zusammen. Wir wollen hier quasi Konjunkturhilfen geben und uns regelmäßig abstimmen. Und dann war eben auch, also auch bei uns, die Bundesregierung hat ja zugesagt, dass es Hilfen geben wird. Aber vor allem hat man auch gewartet, dass man sich in den USA politisch einigt. Also sprich, Demokraten und Republikaner auf ein wirklich gigantisches Konjunkturpaket. Man hat sich jetzt auf der einen Seite geeinigt, also der US-Senat hat dieses Konjunkturpaket jetzt unterzeichnet. Am Freitag muss dann das Repräsentantenhaus drüber abstimmen. Und dann muss Trump das Gesetz auch noch unterzeichnen. Also hoffen wir mal, dass das alles eine Formsache ist. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt auch noch so ein bisschen die Unsicherheit mit reinbringt. Aber man merkt schon, okay, jetzt haben die alle geliefert. Der Markt ist kurzfristig darauf angesprungen. Aber letztlich, man kann die Folgen und vor allem die Dauer dieser Corona-Krise halt einfach nicht abschätzen. Und das heißt, wenn jetzt sich auch zeigt, dass die Infiziertenzahlen in den USA sprunghaft ansteigen, und man aber so ein bisschen den Eindruck hat, kommt man damit so klar? Also wenn man einige Äußerungen von Präsident Trump so hört, der möchte ja am liebsten morgen quasi die Geschäfte wieder am Laufen haben. Das ist was, was den Markt im Moment einfach auch so ein bisschen hin und her wirft. Hoffen auf die wirtschaftlichen Hilfen ja, aber was kommt da noch nach? Wie stark dürfte es eben die Wirtschaft treffen? Und das ist so der Grund für diese extreme Volatilität, die wir jetzt im Moment so gesehen haben. Zumal die USA noch längst nicht so weit fortgeschritten sind mit der Corona-Entwicklung, wie es Europa zum Beispiel ist. Die Fallzahlen werden dann noch weiter steigen, sagen die Experten, dass noch längst kein Peak erreicht. Und die Fragen sind, hält das das amerikanische Gesundheitssystem aus? Hält das die amerikanische Wirtschaft aus, die viel stärker auf den Konsum ausgerichtet ist, als wir das hier in Deutschland so kennen? Aber die nackten Zahlen, Daten, Fakten, die haben wir auch hier in Deutschland gehabt. Also, IFO war richtig heftig. Der IFO ist wegen der Corona-Krise eingebrochen im März und zwar auf 86,1 Punkte. Also, das heißt, der stärkste Rückgang seit der deutschen Wiedervereinigung und der niedrigste Wert seit Juni 2009. Und weil du gerade den Konsum angesprochen hast in den USA, Konsumzahlen hatten wir bei uns dann nämlich auch noch. GfK Konsumklima und wen wundert's? Also, klar, alle Indikatoren, die wir gerade sehen, berechnen heftig ein. Und es ist nicht nur so, dass man quasi gerade keine Lust auf Konsum hat, man kann ja größtenteils auch noch nicht mal. Dementsprechend die Verbraucherstimmung auf das niedrigste Niveau seit der Finanzkrise. So viel zum Thema GfK Konsumklima. Und du hast ja auch schon gesagt, die Frage ist natürlich, wie lange hält das Ganze an? Und welche Auswirkungen das auf die Wirtschaft hat, hängt ja genau von dieser Frage ab. Wie lange ist dieser Shutdown, Lockdown, wie auch immer man es nennt? Und da gab es auch ganz interessant, das Institut der deutschen Wirtschaft hat hier nämlich auch schon mal so ein bisschen rumgerechnet. Und das hört sich jetzt auch nicht so richtig gut an. Die sagen nämlich, im glimpflichsten Fall geht der aktuelle Lockdown bis Ende April. In diesem Szenario dürfte das BIP für 2020 um rund 5 Prozent geringer ausfallen als ohne die Corona-Krise. Aber bei einem längeren Stillstand, die haben jetzt gerechnet, wenn es jetzt zum Beispiel bis Ende Juni wäre mit Ausgangssperren etc. In diesem Fall würde das BIP um 10 Prozent gegenüber einem normalen Jahresverlauf einbrechen. Das ist dann natürlich schon mal eine Ansage. 10 Prozent ist historisch. Es gab ein paar gute Unternehmensnachrichten. Also wenige. Kann man echt an der Hand abzählen. Wir hatten Nike aus den USA. Da ist das Quartal von Dezember bis Februar ganz gut ausgefallen. Nämlich mit 5 Prozent Umsatz plus. Das war mehr, als die Analysten erwartet hatten. Und Nike hat auch schon wieder einige Geschäfte in China zum Laufen gebracht. Aber die Zahlen Dezember bis Februar zeigen auch, das war noch das Hauptsächliche vor der Corona-Krise. Und die schlug erst im März so richtig zu, sodass das nächste Quartal relativ ruppig ausfallen dürfte. Und das ist überhaupt die Markterwartung. Und das nächste Quartal hier üblicherweise dann das zweite wird wohl das zunächst Schlimmste. Aber es gab auch in Deutschland zumindest so ein paar Ansätze guter News. Immerhin, E.ON hat nämlich auch Zahlen vorgelegt. Und die kamen am Markt tatsächlich gut. Aber am Mittwoch gab es die. Sowohl mit den Zahlen als auch mit dem Ausblick hat man den Markt relativ positiv gestimmt. Und auch gerade bei der Dividende. Da hat man nämlich den bereits bekannten Dividendenvorschlag von 46 Cent die Aktie bestätigt. Und das hat den Markt jetzt doch zuversichtlich gestimmt, auch dass man dabei bleiben will. Es gab auch in dieser Woche jede Menge Analystenschätzungen. Die Analysten haben es im Moment natürlich auch nicht einfach, das Geschäftsmodell, die Geschäftsaussichten der jeweiligen Unternehmen und Branchen einzuschätzen. Die können ja auch nicht in die Glaskugel gucken. Aber was da bei der Lufthansa in dieser Woche los war, das war schon heftig. Also es gibt natürlich ständig unterschiedliche Analysteneinschätzungen auch. Aber was die Citigroup in dieser Woche zu Lufthansa gesagt hat, war relativ verheerend, einfach was das Kursziel angeht. Und zwar haben die das runtergestuft von vorher 10 Euro auf 50 Cent wegen der entsprechenden Aussicht. Weil sie sagen, okay, wenn die Staatshilfe annehmen, was sie vermutlich brauchen werden, das legt die Studie zumindest so zugrunde, müssen sie irgendwann auch zurückzahlen. Sind dann natürlich entsprechende Verbindlichkeiten, die dann später noch damit dabei stehen. Und generell, je nachdem, wie das Geschäft wieder anläuft. Also die Studie hat sich jetzt nicht so wirklich gut gelesen. 50 Cent ist einfach mal eine Ansage. Und das ist auch eine der Erkenntnisse am Markt, dass die ganzen Maßnahmen natürlich alles keine Geschenke sind, sondern dass man das irgendwann auch wieder zurückführen muss. Das haben wir nach der Finanzkrise schon gesehen. Und auch gesehen, wie viele Staaten sich damit schwer taten, respektive schwer tun. Und wir hangeln uns ja auch mit den Nachrichten von Tag zu Tag, von Woche zu Woche. Schauen jetzt einfach mal, was die nächste Woche so an Zahlen, Daten, Fakten und wenn überhaupt Belastbaren bringen wird. Nach hohen Erwartungen an Staaten und Notenbanken, Viola, wird es in der neuen Woche mit den Erwartungen ein bisschen weniger. Denn die Daten, die reinkommen, haben wir ja schon diese Woche gesehen, waren nicht toll. Und alles, was nächste Woche kommt, dürfte an Konjunkturdaten auch nicht allzu rosig ausfallen. Aber dafür gibt es eine ordentliche Portion. Fängt in der Europäischen Union an, Geschäftsklima, wenn es schon in Deutschland gesehen wird, also ziemlich visarabel ausfallen. Was noch? Generell, man guckt natürlich ganz besonders auf Arbeitslosenzahlen jetzt. Wie wirkt sich das Thema Corona-Krise eben hier auch schon aus? Das haben wir in dieser Woche ja auch schon bemerkt. Eben das Bibbern vor den US-Arbeitslosenzahlen, die ja sonst auch, so wie du Donnerstags, kommen. Aber diesmal guckt man natürlich ganz besonders in Verbraucherpreise, klar, Einkaufsmanagerindizes. Aber wir haben in dieser Woche einfach schon gemerkt, bei allen Konjunkturdaten, die Corona-Krise hinterlässt ihre Spuren. Und es ist kein Wunder, wenn dann quasi die Indikatoren, die Indizes, die Einkaufsmanagerindizes, wenn sowas dann abrauschen sollte. Aber ja, wie gesagt, dadurch, dass es auch kein Wunder ist, ist die Frage, wie groß dann eben auch der negative Überraschungseffekt dann noch sein dürfte. Wenn man es quasi auch, du hast es ja eingangs so gesagt, wenig Erwartungen, da kann man dann auch nicht so viel enttäuschen quasi. Aber so ein paar wichtige Frühindikatoren kommen weltweit, europaweit, Einkaufsmanagerindizes, Deutschland, Europa, USA, Einzelhandel, Gesamtindex. Also das sind so die, auf die es nächste Woche ankommt und natürlich die Beschäftigten in den USA. Das wird auf jeden Fall der große Hingucker. Ich habe ja gerade schon gesagt, in dieser Woche normalerweise schauen wir an der Börse vor allem auf die großen Jobdaten, die aus den USA, aber die kommen ja nicht ständig. Aber wenn man sogar schon auf die wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenhilfe so guckt, um eben zu schauen, wie wirkt sich dieses Thema jetzt hier in den USA gerade ganz besonders aus. Dann kann man sich vorstellen, wie man hier auf die großen Jobdaten, die es am Freitag dann in der nächsten Woche geben wird, wie man da vor allem hingucken wird. Also das wird auf jeden Fall nochmal besonders spannend. Alle anderen Sachen, die wir hier haben, also klar, da kann sich keine einzige in dieser Position vermutlich in diesem Ganzen entziehen. Also Lage und Aussichten bleiben fragil, bleiben Sie gesund. Ja, machen Sie es gut, passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund. Wir wahren hier auch schon den Abstand. Tschüss.